Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde und Freundinnen, Burrito of Doom hier. Wir haben hier heute das erste Mal eine Team-Ranked-Analyse oder eine Flex-Ranked-Analyse vom Blue Team. Wir haben also Toplam Bad Wolf mit Aatrox, Freaky Freak mit Vi, Morphe mit Anivia, Riddick, den wir ja schon aus seinem Video kennen, mit Jinx und Qualcomm Fury mit Morgana. So, ähm, dies hier wird, anders als Solo-Cue-Analysen, tatsächlich eine teamorientierte Analyse sein, das heißt, wir werden uns Macro-Plays ansehen, wir werden uns Pathings ansehen, wir werden uns Gameplay ansehen und so weiter und so fort. Der Hauptunterschied, vielleicht für diejenigen von euch, die das nicht so genau wissen, zwischen Team-Analysen und Solo-Cue-Analysen, ist, dass ich nicht auf einzelne Spieler verstärkt eingehe, sondern vielleicht hier und da mal ein bisschen was Mechanisches oder Microtechnisches erwähnen werde, sondern generell immer aufs Große und Ganze gucke. Ähm, warum mache ich das? Ganz einfach, das hier dient jetzt schon mal so als kleine Vorbereitung zu Clash, da ja Clash, äh, hoffentlich bald irgendwann rauskommt. Und, ähm, ich euch natürlich so einen kleinen Headstart geben will. Ich will, dass ihr bestmöglich in Clash reinkommt, deswegen wird's auch, sobald Clash ein bisschen näher rückt, spezifischere Team-Videos geben, aber zunächst erstmal eine Team-Rank-Analyse. Falls ihr auch 4 Mates habt, die ihr analysiert haben, äh, analysiert haben wollt, würde ich euch sehr stark geraten, auf den Discord zu joinen, weil ihr dort seht, wann ich streame und ich auf dem Stream diese Analysen mache. Also ist das eine Win-Win für alle. Aber nun gut, fangen wir erstmal an, ähm, wir müssen kurz und schnell über die Match-Ups reden, ähm, bevor wir das Spiel weiter angucken. Wir haben Aatrox gegen Gnar top. Gnar hat den Shoff in Aatrox. Aatrox hat zwar Kill-Pressure ab Level 6, aber ist bis dahin ziemlich hart gesund. Das heißt, diese Lane, äh, schofft da rein. Vai gegen, äh, Sejuani. Vai ist ein sehr hoher Tempo-Jungler, vor allem im Early-Game und kommt auch gut durchs, durch den Jungle durch, durch den Shield. Hat also Early-Game mehr Pressure. Das heißt, da geht der Fall nach da. Anivia gegen Kayl, das ist beides Jacke wie Hose. Die scalen beide einfach bis in den Samen-Imbalanstag. Aber, ähm, Anivia hat den Push. Das heißt, der Fall geht nach da. Und dann haben wir Jinx und Morgana gegen, äh, Kaiser und Lux. Der Push kann in beide Richtungen gehen, aber, ähm, das geht tatsächlich für Kaiser. Was heißt das jetzt für unser Blue-Team? Das ist ganz einfach. Das heißt, die Strong-Side unseres Blue-Teams ist Bot-Seite, da Bot und Mitte den Push haben. Das heißt, Vai kann diese Pressure benutzen, um beispielsweise den Jungle zu invaden. Morgana kann diese Pressure benutzen, um mit Vai zu laufen. Anivia kann diese Pressure benutzen, um zum Beispiel auch mit Dingens, äh, mit Vai zu laufen. Der Drake sollte free sein. Der Rifter wird sehr, sehr stark contestet werden oder sehr schwer noch contestbar sein. Für Blue-Team. Was ist der generelle Gameplan für Blue-Team? Das Blue-Team hat mehrere Win-Conditions. Sie haben Teamfight mit Jinx und Anivia. Okay, ich stelle euch vor, es ist ein Fall. Sie haben Teamfight mit Jinx und Anivia. Sie haben, Entschuldigung, Pick mit Morgana. Sie, äh, und halt auch Vai irgendwo. Äh, und dann haben sie aber noch Split-Push mit Aatrox. Das heißt, wenn Aatrox gut durchs Early-Game durchkommt, wird er gegen Gnar pushen können. Andererseits hat das Red-Team sehr guten 1-3-1. Also die beiden sind auf der 1 und die drei sind auf der 3 in der Mitte. Das heißt, für unser Team, Engage und Wave-Clay wird sehr, sehr wichtig sein. Also sollte der Gameplan sein, soweit es geht, Gnar und, ähm, Kale zu Shutdown. Da der, die kennen zwar auch Teamfighten, die Gegner hier, mit Gnar und, ähm, Kale. Jedoch ist das Problem, was unser Blue-Team gegen diese Teamkomposition hat, dass sie den 1-3-1 nicht beantworten können, richtig. Also sie können natürlich Wave-clearen und sie können dagegen pressern und so, aber sie können halt nicht sich einen Vorteil erhaschen. Das heißt, ich würde empfehlen, Blue-Team hier den Gameplan aufzusetzen, da unsere Bot-Seite ja sowieso stärker sein sollte, ist deren Bot-Seite, viel um die Mitte herum zu spielen, äh, so in den ersten 5 Minuten nach Gankmöglichkeiten auf die Top-Lane zu gucken und ansonsten versuchen, Jinx den Hyper-Carry erheiz zu bringen. Ihr seht bereits, unsere, ähm, Team-Analysen differenzieren sich halt insoweit schon, dass wir uns richtige Gamepläne aufstellen, das auch für euch wichtig ist, solltet ihr Clash spielen. Auf der Bot-Lane wird jetzt Kaiser das zweite Mal gebeindet und stirbt einfach. Ah, ich hab vergessen, die Elo zu erwähnen, glaube ich. Ähm, das hier ist... Ich glaube, Mitte Silber. Da ist... Also, Solo-Quelo sind die so Gold, Platin, irgendwie sowas. Und Flex-Q sind die Leute Silber. Also, sucht euch aus, was ihr wollt. Ihr könnt jetzt sagen, das ist eine Silber-Elo-Flex-Q. Ihr könnt euch sagen, das ist eine Gold-Platin-Elo-Flex-Q. Vollkommen egal. Ähm, auf der Bot-Lane auf jeden Fall schon mal sehr schön gespielt. Von Morgana hat zwei Bindings getroffen, soweit. Das ist das, was ich meine. Aatrox wird jetzt angefangen, zu... gepusht zu werden und gepokt und harassed zu werden. Schönes Binding nochmal. Ridex sollte hier... Also, Vi will invaden. Wir wissen ja nicht, ähm, dass der ganze Jungle von der Bot-Seite gecleatet ist, von der Sejuani. Vi will invaden. Das heißt, das Ziel von denen hier ist folgendes, wenn ihr im Team spielt. Vi muss jetzt im Call sagen, yo, guys, ich geh invaden. Dann sagen die, alright, und pushen diese Wave. Das heißt, Raketenwerfer raus. Äh, Pfütze raus, falls die schon gespielt ist. Diese Wave jetzt so hart gepusht, dass Morgana instant nach oben laufen kann und Morgana nach hier laufen kann. Falls irgendwas schief läuft, dass ihr einen Zweimann Invade habt. Okay, es sollte nur gedeep-ordet werden. Für den Scuttler. Aber trotzdem. Ne? Falls euer Jungler auf einer Seite der Karte invaden will, muss diese Seite auch sehr, sehr stark gepusht haben bereits. So, im Gold sind wir eben. Schönes Binding von der Morgana. Schöne Zaps hinterher. Barrier. Oh, der Autothek wurde gecancelt. Wow. Wo ist Vi? Okay, wenn ihr als Jungler im Team die Crux macht. Sorry, ich muss kurz aufstoßen. Ähm. Dann müsst ihr die Crux erstmal nach außen kiten und die dann hier erledigen. Damit, falls so etwas wie Botlane passiert, weil hier, Morgana hat jetzt Binding wieder ab. Und jetzt stellt euch mal vor, Vi wäre jetzt hier und würde nach hier romen. Es wäre easy ein Kill auf der Lux, mindestens. Weil die kein Flash und kein Exhaust mehr abhat. Sijon über die Mitte gespottet. Toplane ist Aatrox gestorben. Das ist natürlich schade, aber das Matchup ist aber auch wirklich schwer. Kauft sich jetzt Schuhe. Sollte sich noch Cloth Armor kaufen. Das war ein echt schlechter Buy von Aatrox. Du hast 400 Gold, du kaufst dir Schuhe, du kaufst dir Cloth Armor, du kaufst dir zwei Pots. Die zwei Pots geben dir 300 HP. Das heißt, die geben dir mehr HP als der Ruby Crystal. Und die Cloth Armor verwandelst du in Ninja Tabium. In der Mitte rotiert Lux und Anivia wird gecatcht. Da kommt aber Morgana, Mr. Spinding, Vi jetzt hinterher. Soweit so gut. Der erste Drake ist Cloud Drake. Es ist noch nie wirklich viel passiert makro-technisch. Weil die Langphase halt noch ansteht. Der Toplane chillt Vi. Warte, ich muss noch kurz angucken, wie der Call kam. Vi geht auf die Top. Mystic Q. Der ist hier im Busch. Und chillt. What? Okay, das ist halt echt retarded vom Gnar, dass der da wieder so aggressiv reingeht. Jesus Christus. Okay, gut, die Dummheit ausgespielt. Ähm... Vi muss hier mitschoffen und kann dann invaden gehen. Weil Gnar kein TP hat. Und das hier alles free ist. Wir wissen nicht vom Blue Side aus, dass die Sejuani auf der, ähm... in unserem Jungle sich befindet. Also wir wissen nicht, dass die Sejuani sich hier befindet. Weil wir keine Vision hatten. Aber wir haben Top Side Pressure. Deswegen könnten wir uns die Crux nehmen jetzt als Vi. Und die Sejuani mehr bestrafen. Da wurde Sejuani gerade gespottet. Wir gehen nochmal die Mitte ganken. Blown die Ult. Gibt mir noch den Kill? Wahrscheinlich nicht. So, okay. Also nochmal. Sejuani wurde Botseite gespottet. Die ist back. Der ist gerade erst gespawnt. Du kannst die Chickens nehmen. Als Jungler ist es im Team Ranked so viel mehr wichtiger, den Gegner zu Counter-Jungeln, ihn zurückzusetzen und ihn zu spotten. Vor allem, weil Vi hier noch eine, ähm... Pink Ward hat. Die er benutzen könnte, um seinem Team weiter zu helfen. Anivia ist halt ein bisschen... ...am zu essen. Das, was er halt am besten kann. Botlane fällt in Farm zurück und Toplane auch. Botlane war das erwartet... Äh, Toplane war das erwartet, dass sie in Farm zurückfällt. Botlane ist das eher ungünstig. Ähm... Er hätte den Gnader töten können. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher mit Conqueror. Er hätte Ult zünden und einfach Conqueror benutzen müssen. Oh, der hat keinen Jump mehr. Der ist tot. Er hätte einfach, wie gesagt, Ulten und ihn dann töten können. Da bin ich mir 100% sicher. Okay. So. Wie ist der Game-State aktuell? Anivia hat echt viel Mana. Die macht Drake. Weil Midlane Push hat. Finde ich okay. Kyle roam Top-Seite. Gnader hat keinen TP. Guter Call. Botlane wird auch gepusht. Botlane ist wieder irgendein komischer Fight am Laufen. Aber die sollte eigentlich sterben. Aber die kämpft gegen zwei Champions. So, ein ganz kleiner Exkurs für die Botlane. Ähm... Die Kai'Sa hat verloren hier. Wie ihr seht, greift die Morgana und die Jinx die an. Während die Luxe Morgana angreifen muss, weil sie nicht in den Range von Kai'Sa kommt. Das heißt, die Kai'Sa kriegt die ganze Zeit Damage von zwei Champions, während die Jinx nur Damage von einem Champion bekommt. Und Kai'Sa war eigentlich stärker als die Jinx. Aber das ist sehr, sehr gut für unseren Gameplan. Wir haben eh den Hyper-Carrie, den wir ahead bringen wollen. Also läuft gut. Der Flash war ein bisschen... Zu viel des Guten, aber... So, ihr spottet Sejuani auf der Bot-Seite. Sie wurde nicht gepinkt. Sejuani wurde nicht gepinkt. Das war wichtig für die Top-Lane. Weil die anweist, okay, ich bin in... Ich bin nicht in Gefahr. So, jetzt ist der Sejuani in der Mitte. Tötet die Morgana. Und... Jetzt bei 10 Minuten. Ich empfehle euch, dass ihr bei 10 Minuten ungefähr einen kleinen Cut macht. Also, mentalen Cut. Vor allem, wenn ihr ein unerfahreneres Team seid und euch einen neuen Gameplan aufstellt. Ihr guckt euch jetzt. Also, man hat ja immer vorm Spiel einen Gameplan. Das ist so das Optimalste, was passieren kann. So, okay. Im besten Fall, ähm... Kommt unsere Jinx ahead und unsere Anivia scaled. Und bla 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 so. Das ist so der theoretische Gameplan. Bei 10 Minuten solltet ihr aber nochmal so einen mentalen Break machen. Und fragen, ey, yo Leute, wie sieht's denn jetzt aus? Weil es passieren ja auch Fehler, die einfach nicht vorhersehbar sind. In diesem Fall zum Beispiel, wenn wir uns das angucken und sagen, okay, Toplane ist ein bisschen behind, aber nicht so stark. Midlane ist ziemlich stark ahead und Botlane ist, äh, ich glaub auch ahead. Ja. 500 Gold ist schon nicht wenig so. Das heißt, wie ist unser Gameplan jetzt? Ich würde jetzt zum Beispiel empfehlen, dass ihr den Gameplan, also das hier im Mr. Blue Team, den Gameplan shiftet. Und, ähm, dadurch, dass Vi jetzt ein Hauptcarry geworden ist, zusammen mit der Jinx, dass die Anivia um die Botlane herum spielt einfach. Dass die Toplane komplett isoliert wird. Oder alternativ, dass jetzt für einen Laneswap gegangen wird. Ihr seht, die Jinx recoilt sich. Der ist tot, also recoilt er sich so gesehen auch, ne? Der muss sich jetzt auch recoilen. Was ist das nächste Objective? Der Rift-Herald. Der Call muss jetzt kommen. Ey, yo, Leute, lass uns Laneswapen. Das heißt, Aatrox recoilt sich. Geht Base. Jinx recoilt sich. Jinx, Morgana und Vi laufen alle da lang. Hier durch den Dingens, ne? Dann läuft Jinx alleine auf die Toplane. Morgana und Vi laufen zum Herald. Aatrox läuft Botlane. Der hat kein TP, das ist wichtig. Und Anivia hält die Line einfach geschafft, also nach dem Recall. Versteht ihr? Das heißt, das Macro-Play ist Jinx, Vi, Morgana. Dann geht Jinx alleine da lang, um zu farmen. Morgana und Vi gehen da lang für den Herald. Und Anivia geht da lang, um zu shoven, um die Pressure zu halten. Und Aatrox kriegt währenddessen Bot-Seite. So ein 10 Minuten Laneswap ist super simpel. Den kann jeder von euch machen. Es gibt auch verschiedene Prämissen dafür. Zum einen sollte kein Drake Up sein, weil Drakes eigentlich fast immer wichtiger sind. Und zum anderen solltet ihr auch tendenziell einen stärkeren Teamfight haben. Anivia hat zwar ziemlich gut Gold, aber ihr seht, sie hat ganz, ganz, ganz viel Mana. Was, äh, ihren, ihr Fight-Potenzial, wobei, was kauft sich noch ein Recall jetzt? Moment. Okay, jetzt hat sie Blasting-One. So. Das heißt, ihr Fight-Potenzial ist schon ein bisschen besser. Und mit dem Herald könnt ihr dann, weil es dort nur noch drei Stacks gibt, wenn ihr den Herald benutzt habt. Also wenn ihr den Herald genommen habt, rotiert ihr in die Mitte. Benutzt ihn in der Mitte und Jinx kann mit dem Raketenwerfer den letzten Stack nehmen vom Turret. Und dann habt ihr die Map instant geöffnet. Kurze Begriffserklärung. Ähm, Map öffnen. Heißt folgendes. Wenn dieser Turret hier weg ist, ne? Der da. Dann sind zwei Jungle-Eingänge nicht mehr bewacht vom Gegner. Das heißt, technisch gesehen bewacht der Top-Turret diesen Jungle-Eingang und der Bot-Turret diesen Jungle-Eingang. Das Spiel kann in vier verschiedene Quadranten aufgeteilt werden. Und dadurch, also der River ist die neutrale Zone. Ich zeichne das mal ein bisschen anders ein mit Gelb. So, Gelb ist die neutrale Zone, okay? Die gehört niemandem. Am Anfang des Spiels jedenfalls. Ähm, und dann hat jeder so seine eigenen Jungle-Quadranten. So, das sind diese blau schraffierten. Dem einen Team gehören zwei, dem anderen Team gehören auch zwei. Macht Sinn so, ne? Wenn ihr jetzt aber den Mid-Turret macht, öffnet ihr die Karte. Das heißt, es, der State of the Game ändert sich einfach so ein bisschen. Die neutrale Zone, beziehungsweise die Uncontested Zone, wird so ungefähr pipapo. Und technisch gesehen gehört dieses Camp und dieses Camp und dieser Eingang dann dem einen Team, was den Mid-Turret hat. Weil es einfacher zu invaden ist. Natürlich dann nicht von Anfang an. Ihr müsst dann halt auch in Division, um die Wards und so herum spielen. Aber das ist halt der Grund, warum diesen Turret early zu nehmen so, so wertvoll ist. Ihr könnt dann deep warden, wie ihr lustig seid. Ihr könnt beispielsweise hier warden gehen. Ihr könnt dort oben warden gehen. Ihr könnt das contesten, ihr könnt das contesten. Ihr könnt, ähm, let me see. Ihr könnt das contesten, ihr könnt das contesten. Ihr könnt da warden, ihr könnt da warden. Und wenn ihr dann zum Beispiel einmal hier ne Ward habt, dann habt ihr noch da ne Ward. Ne, die ist kacke. Da ne Ward. Dann könnt ihr als nächstes zum Beispiel super einfach diesen Turret dort angehen. Und die Gegner-Komposition. Solltet ihr das jetzt makrotechnisch richtig spielen, ist nicht in der Lage hier zurückzukommen. Also 100%. Kayle muss scalen. Sie hat keinen Wavegear. Kaisa ist so weak, wenn sie behind fällt. Und kann von Vai und Adivia gewone-shottet werden. Also wenn Vai Kaisa ultet und dann an ihm die Wand dahinter, setzt sie halt tot, ne. Jinx kann super easy von hinten angreifen, während sie ein Black Shield hat. Und Aatrox kann dann flanken. Sprich, solltet ihr technisch gesehen jetzt dieses Makro-Play richtig spielen, äh, Blu-Team. Und mit dem Harald dann in die Mitte gehen und die Mitte einreißen. Und dann deep warden und den nächsten Turret-Topling-Contesten. Also rein hypothetisch gesehen, solltet ihr das alles richtig spielen. Haben die Gegner kaum eine Möglichkeit, ins Spiel zurückzukommen. Aber gut, meine lieben Freunde. Wir sind in der 10. Ingame-Minute und das Video geht jetzt schon fast 18 Minuten, sehe ich. Ähm, ich will's auch nicht zu lang machen, da es jetzt auch nur so eine Introduction sein sollte. Falls ihr mehr über diese Team-Ranked und Makro-Plays und so wissen wollt und sehen wollt, halt die Augen offen, denn da folgt auf jeden Fall noch mehr auf diesem Kanal. Ansonsten joint auf dem Discord, weil wie gesagt, dort picke ich mir Leute zum Solo-Coaching raus. Dort seht ihr, wann ich streame. Und wenn ich streame, könnt ihr dann auch gecoacht werden im Team-Ranked. Ähm, und ansonsten solltet ihr Fragen haben oder, ähm, Anmerkungen oder Themen, die ihr besprochen haben wollt. Feedback, Kritik, alles mögliche. Bitte einfach in die Kommentare hauen. Es würde mich sehr, sehr freuen zu lesen, wie ihr diese Pilot-Folge, ähm, fandet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen, wunderbaren Tag und reingehauen bis zum nächsten Mal.